hallo und herzlich willkommen zur 25 folge Lumberjacks dynasty ja hier unseren neuen baumstämmer kommen hier gerade an das heißt wir kriegen gleich wieder bretter jetzt schauen wir mal ob es direkt beim ersten baum stumpf bretter gibt da kommt das nächste längs geschnitten einmal querschneiden ach guck mal einer an da ist schon was so bevor wir jetzt im haus weitermachen mache ich aber tatsächlich erst mal den zaun fertig und die bank hier da Das war's für heute. Jawohl. Das ist soweit fertig. Jetzt hatte ich gesehen, hier unten war noch was. Hier brauchen wir nichts reparieren. Nö. Das machen war... ...gerüst. Hm, natürlich. Jawohl. Jawohl, wir haben's geschafft. Ach, siehst du, was ich nicht geguckt habe, ist ganz oben. Naja, das kann ich nur von oben. Ah, wahrscheinlich nur von innen. Ach, guck mal, da unten. Der Zaun ist auch noch nicht fertig. Dann kümmern wir uns doch erstmal da drum. Jetzt haben wir mal fertig. Gut, dann gehen wir mal rein. Das Gerüst kann natürlich erstmal weg. Ja, was? Da reicht. Da reicht immer nur einer. Das ist schon mal schön. Brauchen wir nicht so viel Material. Genial. So. Ja, hier geht's aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. So, wie sieht denn das aus mit Gerüst hier innen drin? Nee, hier drin kann ich keins bauen. Okay, dann brauchen wir hier eins. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Okay. 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 Dann gehen wir mal hier hoch. Boah. Boah, hat genau gereicht. Das war der erste Stapel, den wir verbraucht haben. Okay. 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 Not integeriger. Okay, so. 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 Ups, ist er! ja putsch das noch mal oder sie sehr schön dann gehen wir noch mal ein höher jawohl ja Okay, dann gehen wir einmal runter. Oh, schön. So, wo haben wir denn noch? Eher in der Mitte. Da ist noch was. Wie kommen wir hier ran? Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hoch. Jawohl. Wie komme ich da ran? Indem ich die Tür aufmache und drauf springe. Hier fehlt ein Punkt zum Erneuern. Ich hatte eben die Hoffnung, dass das vielleicht doch irgendwie funktioniert, aber nö. So, wir müssen die Tür aufmachen. Dann sind wir hier drauf. Und haben das repariert. Beziehungsweise nicht repariert, sondern erneuert. So, wieder zu. Es fehlt nur dieser eine Ding da. Alles andere ist fertig. So. das finde ich gut das gefällt mir gut gewusst haben wir weg was haben wir jetzt noch 16 stück da ist eben dieser eine punkt noch 16 einmal zweimal dreimal vier mal und hier haben wir auch vier einmal zweimal dreimal vier mal so das ist der dritte stapel den waren zu holen so so Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Jawohl. Das Dach von unten geht hier von der Seite zumindest schon mal nicht. Was haben wir? Sechs, also drei. Einmal, zweimal, dreimal. Das müsste klappen. Einmal, zweimal, dreimal. Jawohl. Okay. Das ist nicht mehr viel. Dann haben wir das Ding auch komplett fertig. Aber eigentlich müssten wir das Wohnhaus machen. Das wäre eigentlich ja wichtiger als der Unterstand für die Fahrzeuge. Oder für die Anhänger, besser gesagt. Aber dann haben wir es fertig. Dann wissen wir es mit Sicherheit, dass da keine Probleme mehr sind. Ich bin der Meinung, die Scheune selber oder der Stall, was es ist. Da fehlt uns noch irgendwo was. Okay. 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 Da bin ich so nicht dran. Dann gucken wir doch mal. Kein Durst. . Na, hier kann man nichts weiter ausrichten. dann gehen wir bei und fangen hier an zu reparieren das ist glaube ich der hühnerstall jawohl ok 34 und einmal durch die tür 12 noch das heißt reicht allemal noch da noch mal 6 einmal zweimal dreimal jawohl ist die ecke noch und dann können wir hier weitermachen gut aber ob wir den fehler jetzt in der nächsten folge finden das werden wir sehen schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid lasst daumen da einen kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss